Red Hat Certified System Administrator, abgekürzt RHCSA. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. In der heutigen Folge unterhalten wir uns über die Hilfe. Ja, die Hilfe in Linux. Ein ganz wichtiges Instrument. Und wenn Sie sich für die Prüfung interessieren, dann ist die Hilfe für Sie noch viel wichtiger. Warum das, werde ich gleich später erklären. Lassen Sie uns gemeinsam beginnen. Wir navigieren zum Terminal und ich bin mit dem System verbunden Red Hat. Das ist die Maschine, die ich ab einer ISO-Datei installiert habe. Lassen Sie uns direkt mit den Man Pages beginnen. Die Man Pages, wahrscheinlich das älteste Instrument, wenn es um die Hilfe geht, die Man Pages gibt es seit den 70er Jahren. Wir können die Man Pages aufrufen, indem wir den Befehl man eingeben und dann beispielsweise einen Befehl. Unter anderem who am I. Und dann erhalten wir direkt die Man Pages. Aber jetzt, bevor wir mit diesen Man Pages arbeiten, lassen Sie uns zuerst einmal die Hilfe genauer anschauen. Also wir schauen uns die Man Pages zu den Man Pages an. Also im Prinzip die Hilfe zur Hilfe. Das sind ganz wichtige Informationen, die wir hier erhalten. Also Man, Abstand, Man. Zuerst einmal erhalten wir die Bezeichnung zu den Man Pages. Eine Oberfläche für die Systemreferenzhandbücher. Soweit in Ordnung. Dann die Übersicht. Unter anderem, wie wir mit den Man Pages arbeiten können. Darüber werden wir uns später noch unterhalten. Was hier ganz wichtig ist, hier in der Beschreibung, das sind die verschiedenen Abschnitte. Sie sehen hier Abschnitte. Und da gibt es unterschiedliche Abschnitte. Und für uns als System Engineers sind die Abschnitte 1, 5 und 8, würde ich einmal sagen, die wichtigsten. Also wenn Sie sich diese Abschnitte merken können, dann ist das von Vorteil. Die Nummer 1, ausführbare Programme oder Shell-Befehle. Die Nummer 5, oder der Abschnitt 5, da geht es um Dateiformate und Konventionen. Wie zum Beispiel, slash etc, slash passwd. Und dann die Nummer 8, das sind Befehle für die Systemverwaltung. Und schauen Sie mal, in der Regel nur für Route. Das sind ganz wichtige Erkenntnisse. Wenn wir uns das merken, dann können wir sehr gut mit der Hilfe arbeiten. Die Man-Pages wiederum zeigen uns, wie ein Befehl verwendet werden kann. Zum Beispiel Man. Und dann sehen wir hier in Klammer Man-Optionen. Oder eben, wir geben den Abschnitt mit. Sehen Sie wieder? Abschnitt. Das heisst, wir können also zum Beispiel den Abschnitt 1 mitgeben. Ich möchte aber später bei konkreten Beispielen noch auf diese Übersicht, auf diese Optionen eingehen. Verlassen wir die Man-Pages mit der Taste Q. Damit wir mit einem wirklich aktuellen Beispiel arbeiten können. Und zwar mit Man und daneben Who am I. Jetzt haben wir hier die Man-Pages. Und schauen Sie mal, da wird uns die Sektion angezeigt. Die Nummer 1. Es ist also ein Befehl, den wir ausführen können. Aber nicht ein Befehl, wo wir mit Route arbeiten müssen. Gut, dann kommt der Name Print Effective User ID. Okay. Und jetzt die Synapsis. Die Synapsis, das ist ganz wichtig. Die Synapsis hier ist sehr einfach. Was bedeutet aber diese Synapsis? Ich will es Ihnen detailliert erklären, weil ich werde im Verlauf dieser Serie immer wieder darauf verweisen, bitte schauen Sie sich die Man-Pages an. Aber man muss die Man-Pages verstehen, damit man weiss, wie man diese einsetzen kann. Also, die Synapsis. Hier steht Who am I. Wir können diesen Befehl einfach so ausführen, ohne dass wir eine Option mitgeben müssen. Warum? Die Option, die ist hier in den eckigen Klammern. Das bedeutet, es ist optional. Sie müssen also keine Option mitgeben. Die drei Punkte bedeuten, Sie können mehrere Optionen mitgeben. Aber jetzt hier bei Who am I ist das sehr simpel. Schauen Sie mal, da gibt es minus minus help und es gibt minus minus version. Also, das ist jetzt nicht unbedingt, ja, ich sage es mal sehr detailliert, was die Optionen angeht. Aber, es ist einmal wichtig für das Verständnis. Lassen Sie uns mit einem weiteren Beispiel arbeiten. Ich verlasse die Man-Pages mit der Taste Q. Dann verwenden wir Man-Abstand-Cat. Cat steht für Concatenate. Und wir sehen hier Concatenate, also es heisst, wir können Inhalte von Dateien direkt bei der Standardausgabe ausgeben. Und da gibt es jetzt auch wieder die Synapsis. Und auch diese Synapsis, die ist sehr interessant, weil wir verwenden den Befehl Cat. Dann können wir eine Option angeben, müssen wir aber nicht. Wir können mehrere Optionen angeben. Wir können eine Datei angeben, müssen wir aber nicht. Und wir können mehrere Dateien angeben. Also beispielsweise können wir sagen Cat, Abstand, minus n. Und da steht jetzt die kurze Schreibweise, ein minus n. Die lange Schreibweise wäre minus minus number. Ist genau das gleiche. Sie können die lange Schreibweise verwenden oder die kurze Schreibweise, wie Sie wollen. Das heisst also, ich kann jetzt sagen, zum Beispiel Cat, Abstand, minus n. Dann werden mir die einzelnen Linien nummeriert, weil minus n, das steht für number. Und dann geben wir an, slash etc, slash hosts, zum Beispiel. Dann haben wir den Befehl verwendet, eine Option und wir haben eine Datei angegeben. Aber eben, wir können auch mit mehreren Optionen und mit mehreren Dateien arbeiten. Jetzt, wenn wir in den Man Pages sind, ist es natürlich interessant, wenn wir nach unten navigieren. Jetzt verwende ich Shift G und jetzt bin ich ganz unten in den Man Pages. Also mit Shift und G gelangen wir ganz ans Ende der Man Pages. Und hier gibt es sehr interessante Informationen. Zum Beispiel, Sie also, also weiterführende Informationen, dass wir zum Beispiel diesen Befehl anschauen könnten. Tag ist einfach das Umgekehrte von Cat. Wir erhalten den Link, wo wir beispielsweise sagen können, okay, wir können online nachschauen. An der Prüfung funktioniert das nicht. An der Prüfung haben Sie keinen Zugang zum Internet. Das heisst, Sie sind an einem System, wo Sie Aufgaben abarbeiten müssen. Es ist eine Hands-on-Prüfung. Sie haben keinen Zugriff zum Internet. Sie müssen also mit den Man Pages arbeiten. Jetzt höre ich immer wieder, Leute sagen, ja, das ist nicht mehr zeitgemäss. Heute hat man überall Internetzugang, dann kann man mit Google arbeiten. Das ist nicht immer so. Ich war schon in Umgebungen, da waren die Servicesysteme isoliert. Das heisst, getrennt vom Internet. Und Sie müssen dann als Ingenieur vielleicht in diesem Raum oder in diesem Rack oder wo auch immer Konfigurationen machen an diesen Linux-Systemen. Gehen Sie dann jedes Mal raus und sagen, so, ich muss mal schnell googeln, damit ich die Konfiguration machen kann. Ich komme dann wieder rein. Ich glaube, das macht sich nicht gut. Wenn Sie dann mit den Man Pages arbeiten können, würde ich sagen, sieht das sehr gut aus. Hier erhalten wir noch eine weitere Information. Wir können mit Info arbeiten. Info und dann mit diesem Befehl. Das kopiere ich mir mal in die Zwischenablage. Weil wir verwenden dann nicht Info, sondern P-Info und rufen dann die Core-Utils auf, um weiterführende Informationen zu erhalten. Was ich Ihnen aber zeigen wollte, das sind in den Man Pages gibt es oftmals Examples, Beispiele. Wie muss ein solcher Befehl eingesetzt werden? Jetzt bei Cat ist das vielleicht nicht unbedingt so hilfreich. Aber schauen wir uns mal einen anderen Befehl an. Und zwar verwende ich hier Man Abstand LV Create. Logical Volume Create. Und hier, diese Man Pages, die sind unglaublich detailliert. Wir haben hier LV Create und dann die Synopsis. Und schauen Sie mal, die Synopsis, das sind alles Möglichkeiten. Sehen Sie diese Synopsis, wie Sie diesen Befehl in unterschiedlichen Varianten einsetzen können. Das ist schon mächtig. Das ist wirklich sehr detailliert. Jetzt aber navigieren wir mit Shift G ganz ans Ende von den Man Pages. Dann haben wir wieder Sie also. Und schauen Sie mal, hier werden wiederum Examples aufgelistet. Sehen Sie die Examples. Sehr detailliert, wie Sie mit LV Create arbeiten können. Jetzt mit einem kleinen G navigieren wir ganz nach oben in den Man Pages. Und jetzt will ich Ihnen zeigen, wie Sie suchen können. Schauen Sie ganz unten links. Ich verwende den Slash. Sehen Sie Slash? Und dann Ex-Amples. Und jetzt haben Sie gesehen, jetzt sind wir direkt bei den Beispielen. An der Prüfung kann das matchentscheidend sein. Suchen Sie direkt die Examples. Dann wissen Sie, wie Sie mit dem Befehl umgehen müssen. Jetzt navigieren wir wieder ganz nach oben mit dem kleinen G. Und wir sind wieder am Anfang. Und jetzt haben wir hier die Synopsis. LV Create. Und dann Option underscore Arcs. Position underscore Arcs. Was ist das jetzt? Das sind Optionen, die Sie mitgeben können. Und wenn wir uns nochmals die Examples anschauen. Shift G. Dann sehen Sie, was gemeint ist. LV Create. Abstand minus I. Dann 3. Minus grosses I. Dann 8. Minus L. 100 M. Und dann Volume Group. 0, 0. Create stripped LV mit 3 Stripes. Und einem Stripe Size von 8 KB. Und einer Grösse von 100 MB. Also im Prinzip sprechen wir hier von Kibibyte und Mebibyte. Oder Mibibyte genauer gesagt. Aber sagen wir einfach mal Kilobyte und Megabyte. Aber Sie sehen, detailliert die Information. G. Dann sind wir wieder ganz oben in den Man Pages. Und mit Q verlassen wir die Man Pages wieder. Vorher hatten wir noch die Information erhalten zu Cat. Und zwar haben wir das da gesehen. Und wenn wir jetzt ganz am Anfang P-Info verwenden. Core Utils. Cat. Invocation. Ctrl E. Wir gelangen ans Ende der Linie. Drücken die Enter-Taste. Und so funktioniert es nicht, weil ich habe das Hochkomma vergessen. So, Hochkomma. Schauen Sie mal. Jetzt sind wir in einer anderen Dokumentation. Aber hier wird ebenfalls genau beschrieben, was Cat macht. Cat steht für Concatenate and Write Files. Und dann die verschiedenen Optionen. Die Synapsis Cat können Sie einsetzen mit Optionen. Sie können File hinzufügen. Mehrere Files. Hier erhalten Sie ebenfalls sehr viele Informationen. Sie können mit der Pfeiltasse durchnavigieren. Und mit Q verlassen Sie P-Info wieder. Selbstverständlich bieten Befehle auch direkt die Hilfe an. LS-Abstand--help beispielsweise. Dann erhalten Sie auch die Hilfe zu LS. Und Sie sehen, dass die Hilfe sehr detailliert ist. Sie können nun durchnavigieren und ebenfalls sich direkt über einen Befehl wie LS informieren. LS-Abstand-A. Die kurze Schreibweise. Minus-Minus. All. Die lange Schreibweise. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem Video zeigen, wie unglaublich wichtig die Hilfe ist. Vor allem die Man-Pages. Die Man-Pages sind matchentscheidend. Vor allem auch an der Prüfung, aber auch im täglichen Leben, wenn Sie in einer isolierten Umgebung sind. Wenn Sie jetzt mit Vagrant-Systemen arbeiten, wie beispielsweise diese Maschine oder die Alma-Maschine hier, dann kann es sein, dass die Man-Pages vielleicht nicht vorhanden sind. Oder nur ein Teil. Dann verwenden Sie sudo, Abstand dnf, Abstand install, dann geben Sie an "-y", damit Sie keine Fragen beantworten müssen. Dann geben Sie an man, dann Abstand man-pages und dann noch man-db. Dann können Sie das Ganze nachinstallieren, falls das nicht vorhanden ist. Und jetzt haben wir hier keine Übereinstimmung bei man-db. Ganz einfach, weil da braucht es einen Bindestrich, man-db. Und jetzt sehen Sie, jetzt wird das Ganze installiert. Noch einen Hinweis, den ich Ihnen geben möchte, ist folgender. Wir haben gesehen, in den Man-Pages, dass wir mit man-k arbeiten können. Man-k ist genau das gleiche, als wenn wir mit dem Befehl apropos arbeiten. Mit apropos können wir auch die Man-Pages untersuchen. Also apropos, drücke die Enter-Taste und jetzt sehen Sie, apropos was bitte. Zum Beispiel sage ich hier, apropos User. Und jetzt wird uns alles angezeigt, bzw. Users. Und dann wird uns alles angezeigt, wenn es etwas zu Users geben würde. Aber jetzt sehen Sie, da wird uns nichts angezeigt. Wenn ich jetzt allerdings mit man-k arbeite und ich sage mal Users, dann erhalte ich hier auch keine Information. Hm, warum das funktioniert jetzt apropos nicht und man-k funktioniert das auch nicht? Nein, das hat einen anderen Hintergrund. Und zwar, dieses System hier ist neu installiert und die Datenbank, die Man-Datenbank, wurde noch nicht aktualisiert. mit sudo Abstand man-db, dann können wir die Datenbank manuell aktualisieren. Diese Datenbank wird einmal pro Tag aktualisiert. Wir können das Ganze manuell forcieren. Und jetzt sehen Sie, jetzt wird diese Datenbank komplett aktualisiert. Zwischenzeitlich will ich Ihnen noch etwas zeigen, weil es ist mir direkt noch etwas in den Sinn gekommen. Wir haben uns über diese Sektionen, über diese Abschnitte unterhalten. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Schauen Sie mal, wenn ich Man-Abstand Pass-WD eingebe. Pass-WD ist ein Befehl und auch eine Konfigurationsdatei. Jetzt wird einfach das Erste, was gefunden wird, angezeigt. Sehen Sie, Pass-WD, Abschnitt Nummer 1, bedeutet Update User Authentication Tokens. Das stimmt, das ist in Ordnung, aber ich wollte die Hilfe zur Konfigurationsdatei anschauen. Geben Sie an Man, Abstand 5, Abstand Pass-WD. Jetzt sind Sie im Abschnitt 5, und zwar zur Konfigurationsdatei die Passwort-File. Oder da sehen Sie hier Passwort-File im Verzeichnis slash etc slash Pass-WD. Also denken Sie an diese Abschnitte, an diese Sektionen, damit Sie am richtigen Ort die richtige Hilfe auch bekommen. Navigieren wir zurück zum Red Hat System und schauen Sie mal, die Datenbank wurde jetzt aktualisiert. 7000 Handbuchseiten wurden hinzugefügt. Lassen Sie uns nochmals mit Apropos arbeiten. Aha, sehen Sie, jetzt sieht das Ganze anders aus. Oder mit Man, Abschau minus K, Abstand Users und jetzt auch wieder eine detaillierte Auflistung. Das sind sehr viele Informationen. Und ich möchte jetzt aber nur jene Informationen erhalten aus dem Abschnitt 8. Also lenken wir das Resultat um mit Grab und suchen nach der Zahl 8, weil das ist Abschnitt 8. Und schauen Sie mal, jetzt haben wir die Suche unglaublich eingeschränkt. Jetzt sehen wir hier nur noch die Ausgabe von der Kategorie 8, zum Beispiel New Users, Arpti etc. Was haben wir vorher gesehen? Wenn wir Grab und das weglassen, dann suchen wir noch Users. Und dann sehen Sie, da steht Users, aber das ist die Sektion 1. Dann haben wir SE User, die Sektion 5. Aber Sie sehen die Unterschiede, die verschiedenen Kategorien. Und wenn Sie etwas kreativ sind in Ihrer Suche, dann verwenden Sie Man, Abschau minus K. Sie geben an User, Stern, lenken das Resultat um mit dem Pipe-Symbol in Grab und suchen nach dem Abschnitt 8. Und dann erhalten Sie weitere Informationen, zum Beispiel sehen Sie dann hier die verschiedenen Befehle. Und unter anderem sehen wir Sudo in der Kategorie 8. Wir sehen Sys-User und ein wenig weiter oben finden wir dann auch noch die Befehle User-Add und User-Mode und User-Del, um beispielsweise ein Benutzerkonto zu erstellen. Also, ich hoffe, ich konnte Ihnen den Start hier zeigen, wie Sie mit der Hilfe umgehen können, damit Sie sich weiterführend informieren können über die unterschiedlichsten Befehle, beispielsweise mit Hilfe der Man-Pages. Und ich habe Ihnen gezeigt, wie Sie die Man-Pages aktualisieren können und, falls notwendig, die Man-Pages nachinstallieren, wenn diese auf einem System noch nicht vorhanden sind. Hier ist die Man-Pages-User-Mode und User-Mode und User-Mode und User-Mode und User-Mode und User-Mode. Vielen Dank.